Hey Leute, hier sind wir heute mal unter Benni von Tidi Buddies Zocken und heute geht's weiter mit den Battles gegeneinander. Wir haben ja beim letzten Mal die ersten 20 gemacht, also 1 bis 20, heute sind 21 bis 40 dran. Benni hatte 50 Dears und ich hatte logischerweise 14 plus 64 sind 75, alles klar. Ja, diesmal lasse ich mich nicht mehr so abzocken. Ey, du hast es auch gerade nicht gecheckt, ich hatte es auch nicht gecheckt. Ja, 14 plus 64 ist auf jeden Fall nicht 75, das habe ich im letzten Video anscheinend gesagt und ist natürlich 78, Leute. Aber ja, das waren die von der ersten Runde und ich würde sagen, müssen wir den Goldapfel abgeben? Nö, ich behalte den, oder? Ja, ich habe den auch noch. Komm, hopp, hopp, ich gehe gerade rein. Ich weiß nicht, bist du schon drinnen? Ja, ich bin drinnen. Warte, okay, Player 1. Okay, willkommen hier wieder, Essen und Tierrüstung. Schlafen müssen wir, denke ich, nicht. Es ist Tag, oder? Ne, wir gehen da rein. Aber macht nacht. Wir machen nacht. Ja, wir machen was einfach. Wir gehen da rein. Es gibt 6 Dears dieses Mal. Beim letzten Mal gab es, glaube ich, 5 Dears pro Raum. Wo ist der Schalter? Okay, auf die Druckplatte und go. Bin ich? Okay, wir müssen, dürfen Sand abbauen und müssen irgendwie einen Schalter finden. Nein, hat er nicht gemacht. Hat er nicht? Okay. Nein, was mache ich denn? Da brauche ich aber alles richtig gemacht. Okay, wer findet den Schalter als erstes? Ich nicht. Cobblestone. Hey. Ich habe auch Cobblestone gefunden. Hä? Hast du eine Schaufel? Hast du eine Schaufel gecraftet? Nee. Ich bin halt einfach smart. Achso, da ist noch was drunter. Okay, ich check's. Wer findet wohl den Hebel zuerst? Let's go. Man muss sich einen scheiß Hebel craften. Das ist lächerlich. Ja, Mann. Und da habe ich die ersten 6 Dears. Nein. Ich muss doch den Hebel hier platzieren. Ja, ich tue ihn schon. Okay. Perfekt. Ich würde sagen, die ersten 6 gehen an mich. Müssen wir die... Die wird weggehen. Die Schaufel, das passt schon. Wer das Battle nicht kennt... Also, wir haben jetzt 20 Duelle vor uns und müssen... Warte, was müssen wir machen? Füttern verboten. Auf den Platten sollen wir ein Schwein stehen. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Kommt durch. Kommt durch. Perfekt. Und jetzt noch ein Schaf. Kommt, hallo. Die kommen nicht bei mir. Die haben zwei Bock. Geh doch weg. Ich lass eins durch. Kommt her. Komm schon, schneller. Nein, ich lock deine Schafe auch durch. Perfekt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab alle Diers. Nice. 13 Stück. So knapp. Auf jeden Fall, wer es nicht mitbekommen hat. 20 Duelle, Leute. Und ihr seht schon, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen auf die Druckplatte und dann geht es wieder los. Wasserwende. Vier Diers gibt es hier zu holen. Was? Was müssen wir denn hier machen? Ich check es nicht. Ich check es auch nicht. Hä? Wir müssen hier einfach durch. Das ist ein Labyrinth wieder. Das hat er nicht gemacht. Kommt, kann man da hoch? Soll man da hoch? Nee, ich glaube nicht, dass man da hoch soll. Nein. Check es nicht. Wie geht es weiter? Hier. Ich bin durch. Nein. Und da habe ich wieder die Diers. Was ist denn heute los? Warte mal. Leute haben auch einen Tipp gegeben. Ich glaube, das funktioniert aber in der 1.8 nicht, dass man einfach doppelt klickt drauf. Nee, das funktioniert erst ab einer höheren Version, dass man dann alle Diers rausgrappt. Ich glaube halt, warte mal, ich probiere das mal, wenn ich... Doch, es geht. Geht's? Doch, es geht. Wenn ich ein Tiers so? Hä? Bei mir geht's nicht. Okay. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Kann sein. Okay. Ich würde sagen, finde die 3 richtig... Finde die 3... Okay, ich war drauf. Was? Hä, so müssen wir jetzt alle Druckplatten ablaufen. Oh. Nein. Hat er nicht gemacht. Wir brauchen ein System. Nee, ich hoffe, das geht ohne System. Wir müssen hoffentlich nur einmal alles aktivieren. Ja, ja. Aber ich meine ein System, dass ich da alles ablaufe. War das schon. Die könnten nämlich überall einfach sein. Hä? Alter, Däger, was, wenn ich da jetzt was vergessen habe? Dann bist du RIP. Die sind sie jetzt sicher nicht. Ich bin eigentlich schon bei der 2. Wie viele sind denn das? Ich hoffe, ich berühre auch alles. Ich hoffe, ich habe auch nichts verpasst. Ich bin schon da oben, Mann. Ich hoffe, du hast irgendwas vergessen. Mir fehlt aber eine Tür. Bei dir auch? Bei mir ist auch noch eine offen, ja. Scheiße, Mann. Was machen wir jetzt? Ich bin verwirrt. Hey, bei mir ist alles offen. Nein. Ach, fuck, Mann. Die Runde geht an dich. Lächerlich. Wo ist denn die letzte Scheiße? Endlich auch mal die erst bekommen. Jetzt da hinten im... Nee, ich habe es noch immer nicht offen. Du musst mir aufmachen. Okay, ich mache dir auf. Es geht nicht, oder? Nein. Doch, hier ist der Hebel. Alles gut, ich habe es gefunden. Ey, lächerlich. Okay, das ist jetzt die erste Runde für dich. Das Zimmer. 5 Dias. Let's go! Lol, wie schnell die Tür aufgegangen ist. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ich weiß nicht, was wir brauchen und was wir tun müssen. Hä? Okay, es funktioniert tatsächlich mit alles gleichzeitig rausnehmen. Hä? Ähm. Hä? Was müssen wir denn machen? Das ist alles Ablenkung. Ich schwere auf alles. Hä? Ich glaube auch. Nein, Mann, du hast es auch gesehen. Natürlich habe ich es auch gesehen. Es ist so lächerlich. Hey, bei mir hat es nicht funktioniert mit rausnehmen. Nein. Ich habe rein bekommen, weil es nicht funktioniert hat. Ich hätte alles so easy rausnehmen können. Ich war, glaube ich, drei Jahre vor dir da unten. Tja. Tja. Das ist so lächerlich. Der hat einfach verloren. Ich habe dir gesagt, dass das manchmal so richtig kacke ist. Der Mauerlauf. Okay. Ich habe 20 Dias. Und du? Halt's Maul. Ich habe 40. Ja. Geh doch auf die Druckplatte, Kollege. War schon drauf. Nein, 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 nein. Durch da. Ich bin wie der Erste. Auf geht's. Der Mauerlauf. Okay, das ist ziemlich simpel, oder? Ja, es gibt ein paar Spinnweben, aber es sieht simpel aus. Ich bin in Spinnwebs rein. Ich auch. Nein. Komm schon. Oh mein Gott, ist das blöd. Shit, Mann. Ich muss abkürzen. Nein, ich habe verloren. Du hast alles. Nice, ich habe alle. Es ist easy life. Warum riskiere ich auch? Weißt du, ich sollte einfach nur safe durchgehen. Okay. Töte alle Kühe. Okay. Dann würde ich sagen, die Druckplatte drauf. Und go. Okay. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das geht um alles. Oh mein Gott, was müssen wir jetzt töten? Schleime oder Kühe? Kühe? Welche Schleime? Ich habe keine Schleime. Bei mir war ein Schleim. Bei mir war keiner. Wie lächerlich ist denn das, Mann? Lass mich durch. Ich habe alle gekillt. Ich habe auch alle gekillt. Hä? Jetzt, Mann. Lächerlich. Bei mir war ein Schleim noch und der gezählt deswegen, weil die Druckplatten aktiviert wurden sind. Also das war... Ah, ich check. Nicht auch gelitten. Das war jetzt aber richtig unfair, Mann. Aber das war so richtig unfair. Ich würde mal sagen, abgehoben. Easy. Was geschenkt ist. Warum boppen wir so einen scheiß Schleim, ey? Lächerlich, okay. Durch da. Was müssen wir jetzt machen? Einfach durch, schätze ich mal. Selle 1. Was müssen wir machen? Müssen wir doch safe nicht töten. Ja, aber was sonst? Weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Mann, warum sind das denn heute solche Rätsel immer? Geh weg, Kollege. Traded Leder. Hä? Was müssen wir machen? Ich auch. Ich weiß es nicht. Wie kommen wir mal? Ich gehe mal in Selle 1 rein. Hä, was wollen die von uns? Was? Ich habe einen Villager gekillt. Ich glaube, das ist jetzt... Genau, ich guck mal. Hä? Da gibt es nichts. Aber das kann doch nichts mit Traden zu tun haben. Glaube ich auch nicht. Ja, aber was denn sonst, Mann? Ich gucke noch mal zur Beschreibung. Steht einfach nur in das Gefängnis. Scheiße, Mann. Als ob wir so versagen gerade. Vielleicht müssen wir einfach hier rauskommen. Vielleicht jetzt einen versteckten Button oder sowas. Ja, das kann sein. Hä? Wir haben keinen Plan einfach. Hä? Fack's wirklich nicht. Ich fack's. Was ist auch nichts? Ich fack's. Ich bin durch. Was? Ich habe doch im Wasser auch geguckt. Da ist nichts. Auf einem Bücherregal ist eine Druckplatte. In Selle 2. Kannst du gut gucken? Noch mal reingucken. Ja, stimmt, Mann. Okay. Ich werfe jetzt mal alles raus, was ich so dabei hatte. Bis aufs Essen. Werfe auch am besten alles weg. Die Scheren brauchen wir. Sand und Wolle dürfen abgebaut werden. Okay. Okay, ab kurz. Schaufel auch weggehen. So. Okay. So. Hier habe ich Sand und Wolle. Okay. Dann. Go, 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 go. Wir können ja schon hinstehen. Ja. Wo müssen wir denn hin? Ich verstehe es schon. Ich verstehe es schon. Nein. Ich verstehe es. Nein. Ich verstehe es auch. Da kommt Wasser. Mein Block wurde nicht abgebaut. Ich bin im Spinnnetz auch noch. Ich bin down. Du bist so down. Ich bin so down. Aber nicht nur du. Das ist das Lächerliche. Komm, 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 komm. Ich bin so weit hinten. Ich bin viel weiter hinten als du, Mann. Nein. Ich habe den falschen Weg genommen. Wusste nicht, dass da ein falscher Weg sein kann? Hallo. Nein. Das war so der Troll. Oh Gott, ich bin durch. Du hast es, oder? Ich habe es. Ich sage doch, ich bin weit hinten, Mann. Puh. Holy shit. Ey. Ich war fast im Spinnnetz, wenn die... Oh Gott, fuck, war das knapp. Okay. Es war absolut nicht knapp, Mann. Guck, ich komme jetzt erst an. Lächerlich. Ja, wenn ich da Glück gehabt habe. Ich bin auf der Drogenplatte durch. Okay. Fünf Diamanten. Oh, meine items. Meine wurden auch gecleared. Hör ich damit. Ja, auf den Exit kommen wir nicht hoch. Ja, rüber guckt der Wichser, Mann. Nein. Alle bekommen, Mann. Oh mein Gott, das ist... Da muss man sich immer so anstrengen am Schluss, so bei den Tiers. Das kann man gar nicht reden. Alles schnell rausholen. Okay, hier gibt es zehn Tiers zu holen. Technik extrem. Geht rauf auf die Druckplatte. Rauf auf die Druckplatte. Oh, go. Was auch immer. Was müssen wir denn machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt schon wieder nicht. Okay, jetzt ist ich was getan. Ja, ich verstehe es. Ich nicht. Hallo. Wir müssen... Hallo. Ach so, wir müssen alles wegmachen. Okay. Bleib doch da draußen. Warum ist es bei mir schon wieder ein Schleim? Jetzt nicht okay. 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 Ich glaube, ich check es auch halbwegs. Ist das getimed? Ja, das ist getimed. Okay. Wie mache ich das grüner? Hä? Wie kann ich denn das da aufhalten, Mann? Check es nicht. Hä? Ich bin komplett verwirrt. Nur du, Mann. Hä? Da ist mein Katz, Mann. Warum geht denn das Blaue jetzt nicht auf? Das check ich nicht. Das Blaue geht erst nach einer Zeit auf. Aber was mache ich hier bitte? Diesen Knopf. Was bringt mir der? Da komme ich nur zurück. Ich habe noch nicht mal das andere alles offen. Ich habe das Rote und das Blaue offen. Aber wie geht das Gelbe dann auf? Wie geht das Grüne? Wie geht alles andere auf, Kollege? Ja, easy, Mann. Habe ich schon alles. Hä? Hast du nicht? Ich brauche nur das Erste und das Gelbe. Dann habe ich es. Hä? Hast du das Grüne auch schon offen? Ich check es. Oder nee? Ich check es nicht. Hä? Okay. Ich muss hier hin. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Ich brauche das Rote noch. Ich check es Blaue nicht. Hä? Das Rote fickt einer komplett. Das Rote ist easy. Warum? Da sind nicht beide offen beim Roten. Wie geht denn das Blaue auf, Mann? Ah, das ist ein Button. Ja. Der macht das Blaue, oder was? Ah. Okay, wie geht Gelb? Wie geht Gelb? Das brauche ich noch. Hä? Aber wie geht Rot auf die andere Seite? Du hast nur eine Seite offen. Ich sehe es doch bei dir. Warte, warte, warte. Hä? Warum ist es so komplex, Mann? Jetzt kann ich wieder zurück. Das bringt mir gar nichts. Man braucht beide Seiten bei Rot. Ich gehe wieder raus. Okay, ich verstehe Rot. Ich verstehe Rot. Ich brauche nur mehr Rot. Nein. Wie geht denn Geld, Mann? Hä? Wo ist denn Geld? Da gibt es sicher noch einen speziellen Trick. Okay, warte. Da ist nichts Gelbes. Das ist an der Decke. Ich check es. Ich habe es. Button drücken, dann bin ich durch. Nein. Komm, geh auf. Oh mein Gott, ich bin durch. Nein. Das waren so viele Dias hier. Nein, ich habe nur zwei oder so bekommen. Ich habe sieben bekommen. Ey, wie wir es halt gleichzeitig geschafft haben. Das gibt es doch nicht. Nein, Mann. Ich habe sogar einmal zu dir rüber geguckt. Ich habe das Gelbe nicht gesehen, Mann. Ich habe zu dir rüber geguckt, weil ich nicht wusste, wie am Schluss die Hebel gehen. Mann. Okay, okay. Acht dir, es gibt es hier. Geh drauf auf die Druckplatte. Jetzt hat er wieder so etwas seltsames. So ein Hä? Was soll denn das schon wieder sein, Mann? So das typische. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Nein. Hä? Ich bin runter einfach. Kommt man da hoch überhaupt? Wir kommen nicht hoch. Das ist ein Troll. Aber so, ich checke es. Oh mein Gott, ist das ein Prank? Was? Und jetzt? Es gibt hier so viele verschiedene Wege, Mann. Hä? Da sind keine Dias drinnen, was? Doch, hier sind sie. Ich habe es. Oh mein Gott. Wie hast du das mit der Leiter gemacht? Du musst dich umdrehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so lächerlich, Mann. Ich habe mich absolut getrollt. Das bringt mir heute nichts. Ach so, da geht es weiter. Auf geht's. Ich bin ready. Die Bibliothek. Was kommt jetzt für ein Shit? Das sind so kranke Sachen am Start. Ein Labyrinth bitte nicht. Doch, er hat es gemacht. Er hat es wie immer gemacht. Aber die Tür ist noch abgesperrt. Was müssen wir denn finden? Ich weiß es nicht. Ich gucke mich gerade um. Als ob da jetzt dann irgendwo so ein Holzbutton ist. Hä, wo ist denn da hier eine Tür? Oh Gott, ich habe es. Easy. Hä, wo ist denn da eine Tür? Die ist eingesperrt halt. Die ist eingesperrt. Oder du musst quasi über die Bücherregale laufen und dann oben rum. Ja, wo komme ich denn hoch auf die Bücherregale? Bei den Zaubertischen da kommst du hoch. Ja, ich sehe ja alle Zaubertische, aber da komme ich nicht hoch. Hä? Okay, safe. In der Mitte die Zaubertische. In der Mitte. Deiner am Boden. Einer am Boden. Wo ist denn hier einer am Boden? Hier. Oh, fuck. Stimmt. Und da kann man einfach dann reiten. Mann, das ist ja so easy. Na, das war so easy. Okay. Speedboot. Ich nehme mehrere Bootboote mit. Achso. Aber gut, ich hätte es nicht gesehen. Hä? Und was ist dein Speedboot? Oh, ich verstehe es. Ich verstehe es, ich verstehe es. Ich verstehe es auch. Wir müssen Naturkassel. Hey Mann, der ist immer... Hallo? Nein, schnell. Ich habe keine Ahnung, wer wie weit ist. Ich auch nicht. Ich sehe dich. Komm, komm, komm. Ich glaube, ich bin ein bisschen... Nein, mein Boot ist down gegangen. Nein, ich schwimme. Scheiße, doch. Oh Gott, schnell. Es wird wieder so knapp. Es wird so knapp. Mein Boot ist schon wieder down. Ja, ist mir egal. Hallo? Nein, er ist auch hier. Wir sind so gleich auf. Oh mein Gott. Nein, ich bin jetzt Wasser. Nein, ich bin jetzt Wasser. Nein, ich bin jetzt Wasser. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nur einen bekommen. Ich glaube, ich habe drei bekommen. Ich glaube schon, dass du ein paar mehr hast. Hä? Nein, ich bin mir sicher, dass ich nur einen bekommen habe. Panic Room. Okay, durch da. Es sind nicht mehr viele übrig. Geh auf die Druckplatte. Ich war drauf. Es ist so intens. Was müssen wir denn machen, Mann? Einfach durch da. Oder? Hä? Weiß ich nicht. Hä? Wo geht es denn hier rein? Hä? Crank Raum. Ich bin falsch. Was? Da kann man einen falschen Weg gehen? Da kann man einen falschen Weg. Ich bin einen absoluten falschen gelaufen. Die Dias haben geschmückt. Nein. Du Pister. Ich bin bei dir. Die hat gut getan, Mann. Lecker, 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 Mann. Schöne 8 Dias in meine Tasche. Okay, das Timing ist jetzt gefragt. Raum 36. Geh auf die Druckplatte. Komm. Okay. Was für ein Timing brauchen wir denn, Mann? Ja. Wirst du gleich sehen. Ohne... Nein! Nein! Ein Mann hat gesprintet. Er ist so ein Pisser, Mann. Ja gut, du hast gewonnen. Nein! Geht das nochmal auf? Ja. Oh Gott. Nein! Oh mein Gott! Ja. Ich habe die Druckplatte nicht berührt. Ich war ein Checkpoint. Ey, lächerlich. Okay. Okay. Ich gehe kurz in G-Mode und fliege da hoch. Na, könnt ihr. Ah, ich mag, Mann. Warte, G-Mode 0 brauche ich. Ich glaube, wir haben noch vier Rätsel. Fuck, ist das anstrengend, Mann. Bilderrätsel. Keine Bilder zerstören. Okay. Dann... Go, 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 go! Was macht ein Bilderrätsel? Müssen wir durchjumpen und was machen wir denn da? Hä? Oder ist es einfach so ein Jump'n'Run? Nein, das ist nicht so ein Jump'n'Run, oder? Als ob das so ein Jump'n'Run ist, Mann. Aber wo müssen wir hin? Ich sehe halt nichts. Ich weiß es auch nicht. Hä? Hä? Wir müssen halt echt durch ein Jump'n'Run, oder? Aber durch welches denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Hä? Was ist denn hier ein Bilderrätsel, Mann? Ich glaube, ich habe es, oder? Hä? Warte mal. Ich weiß es nicht. Ich checke es auch nicht. Hä? Hier wäre es durchgegangen. Okay, aber das bringt ja nichts. Wir sind ja so auch dahin gekommen. Das denke ich mir auch gerade. Warte, vielleicht von der Seite? Da wäre es auch durchgegangen. Warte, vielleicht müssen wir eine Tür öffnen dahinter? Hä? Ne. Ich checke es nicht. Ich gebe es so auf, Mann. Warte mal. Ich gucke gerade. Der Raum muss irgendwas bedeuten. Hm. Aber was? Hä? Was soll denn der bedeuten? Ich habe keinen Plan, Brudi. Ich auch nicht. Hier ist auch eine Tür. Hä? Also für mich bedeutet das, dass hier die Tür ist. Aber hier ist nichts. Du bist durch. Du wechselst. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen, Mann. Hä? Wie bist du da durch? Wo war der? Ich sitze, Mann. Wo war der Scheißraum? Ja. Gelitten. Lass mich in den nächsten Raum. Ich weiß halt nicht. Nice. Da geht es weiter. Ich habe es. Ich habe verloren. Oh Gott. Fuck. Wo war der Raum? Ganz unten. Links neben der Treppe, wo es hoch geht. Genau. Du stehst. Ich schlage alles ab. Ich habe es gleich. Weiter rechts. Genau da. Ja. Ernsthaft? Ja. Da war die Scheiß-Tür, Mann. Wo war die zweite Tür? Ähm. Die war oben. Da musst du springen. Da. Ich sehe jetzt eine Doppeltür. Ja. Ey, lächerlich. Fuck, Mann. Stolperdrähte. Stolperdrähte. Auf geht's. Okay, was heißt das? Auf da. Ja, ich schätze. Ich weiß schon. Ich drücke um die Tür zu öffnen. So, man darf da die Stolperdrähte nicht berühren. Das hier wird es sein, oder? Ja. Die Frage ist, habe ich schon mal berührt? Habe ich? Ich habe ihn berührt. Fuck. Muss ich wieder zurück. Ey, das ist aber jetzt echt sneaky, Mann. Hä? Ja, das ist so brutal. Oh Gott. Okay, ich checke es, wie es funktioniert. Ja, ich auch. Lass mich auf! Nein! Ich öffne die andere Kiste! Nein! Nein! Ich habe ein Tier bekommen. Ich öffne die Kiste, wo der Bogen ist. Ich bin tot, Mann. Das ist mein Leben. Oh Gott. Yes, Mann. Okay. Vorletztes Duell. Zielschießen. Zehn Diers. Okay, drauf auf die Druckplatte und dann durch da. Ich bin bereit. Oh mein Gott. Komm, öffne dich. Leute, wer hat das bessere Aim? Schreibt es jetzt in die Kommentare und rätselt mit. Ich habe doch alle getroffen, Mann. Ich hatte alle getroffen. Für mich hat alles geleuchtet. Sind welche abgefallen? Ein Anzug ist raus. Das ist halt einfach schlecht, Mann. Das war so der Prank. Perfekt. Wieder durch. Ich treffe eigentlich alles. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was will der von uns? Okay. Hier durch. Nach oben. Oh, das ist brutal, Mann. Das ist echt brutal. Ich bin raus. Oh mein Gott. Ich bin raus. Alles klar. Okay. Nein. Warte. Ich will jetzt Scheiß weggeben. Okay. Habe ich auch gar gemacht. Let's go. Sand darf abgebaut werden. Dann auf die Druckplatte und go. Warte. Okay. Oh. Die Schaufel hätte ich fast übersehen. Hä? Oh mein Gott. Schon wieder sowas. Ey. Wie viel muss man denn hier suchen, Mann? Wir haben die bessere Schaufel. Fuck. Mhm. Hey. Warum gibt es hier so viel? Hallo? Ich hätte die bessere Schaufel einfach wegkrabben sollen. Mhm. Das wäre es gewesen. Mach die scheiß Truhe auf. Das sind so wenige, ich habe so wenige Dinge bis jetzt gefunden. Das ist so lächerlich. Ich habe 14 bis jetzt. Ich glaube wir haben auf unserer Seite alle gleich viel. Du hast das, ey. Wir haben 4 Dias drin. Wir sind immer nur einer drin oder so ein Scheiß. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube wir haben alle. Ich habe 21 Stück. Du? Du hast 21 Stück bekommen? Ja Moin. Ich habe 11 Stück bekommen. Ja Moin. Du lächerlich, Mann. Hier ist nichts mehr. Wir haben alles. Wir haben alles. Okay. Oh mein Gott. Denkst du? Ich habe sie jetzt erst gesehen. Nein. Okay. Wie viele hast du? Ich habe 18 Stück jetzt da bekommen. Ich habe 23. Okay. Also 17 Stück habe ich eigentlich bekommen. Wie viele hast du insgesamt? Ich habe 84. Nein. Ja. Ich habe 82. Easy GG. Oh mein Gott. Richtig knappes Battle. Ey. Ja Mann. Scheiße Mann. Okay Leute. Ich würde sagen das war es jetzt. Es steht jetzt insgesamt 1 zu 1 würde ich sagen. War knapp bis jetzt immer. Also das dritte Duell wird dann entscheiden. Wir hoffen natürlich ihr Bock auf das dritte Duell. Wenn ja dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Video. Haut rein und Ciao. Ciao. Ciao.